Ihr süßen Ladies wollt schon so lange eine ausführliche Make-up-Routine und da ist mir aufgefallen, ihr habt noch nie mein Badezimmer gesehen, deswegen machen wir das doch heute im Badezimmer. Und meine Routine ist die perfekte No-Make-up-Summer-Routine sozusagen und zwar benutze ich erst einmal ein bisschen Concealer an meinen Problemstellen, zum Beispiel an meiner Nase. Ich bin nämlich einfach immer Rudolph the Red Nose Reindeer, deswegen mache ich da ganz viel drauf, denn ich schwöre auf dieses Essence Puder, ich finde das so gut und extrem billig. Im Sommer liebe ich es auch einfach, mein Leben komplett mit irgendeinem Browser zu übertreiben, also da mache ich mal ganz, ganz, ganz viel drauf. Ich persönlich bin absolut obsessed mit braunem Lip Liner, also probiert das gerne mal aus. Und weil ich Wimpern-Extensions trage, schmucke ich meine Augen eigentlich nie und das ist der fertige Look. Hab euch lieb, tschüss!